Ich bin auch wieder zurück ins Apartment gegangen, dass ihr eigentlich gar nicht hättet sehen können, dass ich unterwegs war, aber ich weiß gar nicht, was habe ich neben... Ich habe zwei Nebenquests gemacht und ein Cyberpsycho, oder wie die heißen, quasi sowas wie Bosse. Da bin ich leider ungeplant hineingerannt und dann hatte ich einen Bossfight. Aber ich habe es tatsächlich geschafft. Ich bin auch nicht einmal gestorben. Kann man das hier eigentlich irgendwo sehen, wie weit ich im Spiel bin? Und wie viele Kills ich schon gemacht habe und so? Das war doch hier auch... Irgendwo konnte man das doch, glaube ich, sogar sehen. Ich meine, ich hatte das mal irgendwo aufgerufen. Oder war es bei Optionen oder sowas? Ne. Eigentlich. Egal. Ich bin auf jeden Fall noch nicht einmal gestorben. Obwohl ich schon die ein oder andere Schießerei hatte. Ja, mal gucken, wie lange das so bleibt. Genau, hier ist unsere nächste Main Quest. Da gehen wir jetzt aber noch nicht hin. Wir machen erst mal das hier. Wir zahlen jetzt 21.000 Eddies an Victor zurück. Die habe ich nämlich jetzt zusammen. Ich habe ja zwei Nebenmissionen erst gemacht. Und die ganzen Waffen und was ich da alles so gefunden habe, habe ich verkauft. Und da hatte ich plötzlich relativ viel Geld. In Berlin war es gut. Anstrengend. Wenn man ja nur zwei Tage da ist und trotzdem ja ein bisschen was sehen möchte. Ich war jetzt nicht das erste Mal in Berlin. Ich glaube, das war jetzt das fünfte, sechste Mal oder so. Oh, hier liegt ja was. Aber wenn man halt schon mal da ist, wird man ja auch ein bisschen was sehen. Das heißt, ich war viel unterwegs. Bin dementsprechend heute wahrscheinlich auch noch müde. Aber war gut. Ich bin ja Ende Oktober schon wieder da. Also. Ich bin mal gespannt, wie das dann so läuft mit Zug und Co. Ich bin tatsächlich froh, dass ich heute doch kurzfristig Urlaub eingereicht habe. Also für heute. Also für heute. Ich wollte ja eigentlich heute wieder arbeiten gehen. Ganz normal. Aber jetzt gerade merke ich doch so ein Müdigkeits-tief. Deswegen habe ich mir gerade noch einen Kaffee gemacht. Ohne Koffein. Heißt, es wird überhaupt nichts bringen. Aber so Placebomäßig habe ich jetzt hier einen Kaffee neben mir stehen. Kann ich hier rein? Nee. Muss dort hinten rum, oder? Ja. Hier rein? Eigentlich sind wir letztes Mal hier schon reingegangen. Ach so, stimmt. Da sind wir im Hinterhof und hier ist eigentlich irgendwo eine Katze. Wo ist die Katze? Weg. Ich schau doch noch, wenn man graut's mir. Weil. Es gibt Kaffee und eine Koffein... Ja, es gibt entkoffeinierten... Ich weiß aber nicht, wie man das ausspricht. Entkoffeinierten... Doch, das glaube ich richtig. Entkoffeinierten Kaffee. Gibt's. Decaf. Auf Englisch. Ich frage erst mal, wie's läuft. Wie läuft der Laden? Können mich nicht beschweren. Die Konzerne lassen mich in Ruhe. Und Saka heuert wieder Söldner an. Die alle die neuesten, besten Implantate brauchen. Schon besser, dass Misty dir hilft. Die kann dein Gejammer gut ab. Ja, mich in ihrem Laden einzumieten, war ne super Entscheidung. Weißt du was? Ich glaub, du bist der einzige in Night City, der zufrieden ist. Ab nem bestimmten Alter hast du keine Illusionen mehr. Dann wird das Leben viel einfacher. Ich hab endlich genug Eddies, um dich zu bezahlen. Behalt sie noch, Vi. Du brauchst sie mehr als ich. Echt jetzt? Ich dachte schon, der gibt mir das jetzt echt wieder zurück. Und ich hab das jetzt umsonst gesammelt. Ich hab einige Sachen, die ich hier tatsächlich verbessern kann. Ähm, das hab ich erst vorhin gesehen. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Äh. Was wir uns davon... Also, geldtechnisch können wir uns das alles leisten, tatsächlich. Hm. Also. Wenn wir jetzt unsere Hand verbessern... ...dann haben wir 1,4% plus Nachladegeschwindigkeit. Gesicht. Wir haben plus 2 Gesundheit. Was ist das hier eigentlich alles? Plus 2% Explosionsschaden. Nee, ich glaub, das ist schon ganz gut, was wir grad drin haben. Entschuldigung. Zieltempo. Bonusschaden im Stealth-Modus. Weiß ich nicht. Hände. Also entweder wir verbessern unsere Cyberware, die wir grad haben. Oder wir kaufen was anderes. So, das haben wir jetzt. 1,6% Quick Hack-Schaden plus und Resistenz gegen Nahkampf-Schaden. Das Upgraden kostet mich wirklich jetzt nur 1, Eddy. Achso, und 10 von diesen Teilen. Ich hab 110. Oh. Oh, was haben wir denn hier? Oder wir holen jetzt hier noch was? Plus 3% Gesundheit, wenn du einen Gegner neutralisierst. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Heil dich automatisch mit dem ausgerüsteten Gesundheits-Item, wenn deine Gesundheit unter 35% sinkt. 4.000 Eddies. Ich nehm das jetzt mal mit, ich beobachte das mal, ob das wirklich gut ist. Alle Bauarbeiten müssen bis dann fertig sein. Ja, dann halte ich ran, dystopia, ne? Hast du selbst gesagt, danach hast du ja erst mal Pause. Hier was Neues kaufen können wir uns jetzt hier nicht mehr, weil kein Geld mehr. Könnten das noch upgraden. Wir upgraden das noch, dann haben wir zwar gerade kein Geld mehr. Hä, wieso haben wir das... Moment, hab ich das jetzt nicht geupgradet? Doch. Ich dachte, das hat 4.000 irgendwas gekostet. Oder ist das unten die Eddy-Anzeige, wenn ich's neu kaufen würde? Warte, ich hab... Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat's mich die 75 Teile gekostet. Wir haben jetzt hier noch ein Quick-Deck-Menü-Punkt-Meer. Das war ganz schlechtes Deutsch. Okay. Wir haben hier ein bisschen was. Aber wo hat das Cyberware? Wo kann ich jetzt dann nochmal die... Hier. Find ich die Mods? Oder kann ich die irgendwo kaufen? Hm. Gucken. Krieg ich schon noch raus. Das Haus ist halt mies für mich. Ja, aber da kann ich dir jetzt auch nicht so richtig helfen, Distrovia. Da kann dir an sich gerade niemand helfen. So, und... An den Jahreszeiten ändern können wir auch nix. Dabei hast du's ja eigentlich wettertechnisch gerade auch noch gut. Also... Nächstes Wochenende sind bei uns ja schon wieder 25 Grad angesagt. Heute waren's auch 26, morgen 27 Grad. Also noch hast du so zwei, drei Wochen. Wo du was machen kannst. Ich wollte noch Levelpunkte ausgeben. Ähm... 20% Chance auf Schadensminderung. Hier ist beim Ducken und hier ist aus der Deckung heraus. So, entdecken. So, Faultierfeeling dann. Also ich muss sagen, ich kann das auch schon mal gut genießen, mal ein bisschen ruhiger zu haben. Aber... Ist halt auch ein Unterschied, ne? So... So wie ich das halt immer rauslese, bist du ja nicht 40 Stunden die Woche arbeiten. Glaube ich zumindest. Und dann hast du halt relativ viel Zeit, dich um solche Sachen zu kümmern. Äh... Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich von meinem Vollzeitjob komme, hätte ich jetzt nicht Lust, noch mich um sowas zu kümmern. Aber da ist ja jeder anders. Also hier finde ich, äh, Chance auf Schadensminderung, wenn ich mich ducke. Weil das mache ich relativ oft. Ähm... Was hätten wir hier? Ähm... Hebt automatisch Zugangspunkte und Kameras hervor. Eigentlich sehe ich die auch so. Also Fahrze... Okay, und jetzt können wir hier noch was generelles leveln. Ja, also wie gesagt, ich kann da überhaupt nicht mitreden, Dystopia. Weil ich mich um solche Sachen nicht kümmer. Und... Ich kann dir da nicht weiterhelfen. Ich habe keine Erfahrungswerte. Es ist am Ende, musst du das... Du kriegst es schon hin. Deine Planung. Wie du wo was baust oder nicht. Coolness war... Stealth, Vorteile, Intelligenz. Intelligenz? Intelligenz ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Je mehr wir die Quick Hacks und sowas nutzen, desto mehr brauche ich diese Speicherpunkte. Überleg, ob ich in Intelligenz nochmal einen Punkt dazugebe. Äh... Panzerung wäre auch gut, aber ich nutze zum Beispiel nie Sprengstoff. Allerdings ermöglicht es mir, manche Schlösser zu öffnen, Geräte zu überschreiben und technisches Wissen im Dialog zu zeigen. Ich mache nochmal technische Fähigkeit. Und das nächste Mal Intelligenz. Hier, von diesen Cyberpsychos habe ich erst eingemacht. Es war schon spannend. Aber jetzt machen wir Main Quest. Endlich weiter. Hier an dem Platz sind wir übrigens letztens schon vorbeigelaufen. Obwohl ich das gar nicht wollte im letzten Spiel. Wir machen aber schnell eine Reise dorthin, würde ich sagen. Dann haben wir mehr Zeit für andere Sachen heute. Ich glaube, jetzt kommt nämlich unsere erste richtige Mission, wo wir gegen eine Vielzahl an Gegnern kämpfen müssen. Das war nämlich in der Main Quest bisher noch gar nicht dran. Das habe ich immer nur so in den Nebenquests jetzt gehabt. Habe ich nämlich von der einen Waffe. Oh, ich habe bloß noch 38 Schuss. Ist ja ungünstig. Und außerdem habe ich meine Waffen tatsächlich neu ausgegeben. Ich glaube, von der Waffe habe ich nämlich vorhin alle meine Muni verschossen. Ich bin ja noch nie gestorben. Vielleicht jetzt Premiere. Ach, da ist Jackie. Was ist das denn für einer? Hast du es etwa eilig, Chica? Okay, okay. Entspann dich. Oh, ich bin ja noch nicht. Mach einfach die verfickte Tür auf. Ah ja? Habt ihr denn einen scheiß Termin? Sie ernehm ich nichts in meinem Kalender. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Auf Traum. Wir warten schon. Letztlich schon. Hat der jetzt ernsthaft? Sind die aktiv, die Geschütztümer? Nur noch ein paar Grünpflanzen. Ich bin vorhin bei Regina gewesen. Oh ja. Wirken verdammt gut vorbereitet. Und hier hat im Eingangsbereich auch zwei Geschütztürme stehen. Bin ich kurz erschrocken. Auf jeden Fall. Zeit mir Loot. Dann kann ich nichts machen. Oh, schade. Oh, kann ich hier? Nee, das ist kein... Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht den ganzen verfickten Laster. Oh, Jacky ist woanders langgegangen, oder? Ah, ich hätte hier einfach durchgehen können. Okay. Da ist Laser, Jacky. Komm jetzt nochmal, Laser. Ja, wir werden ja erwartet. Ja, da wird das jetzt schon nicht explodieren. Okay. Und jetzt... Was ist das für ein Fleischsack? Kein Fleischsack. Ah, da oben ist wer? Da ist auch einer. Die können wir schon mal ausschalten. Ah, dort hoch müssen, oder? Die Kamera können wir schon mal ausschalten. Ja, ich glaube, die wollen dann uns erschießen. Jacky. Gucken schon so. Bum dumm. Ihr habt ein Bot. Modell MT0D12. Auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. Nope. Du redest mit mir. Mein Name ist Dummdum. Aufs Sofa. Setzen. Red nicht so mit mir, Dummdum. Was passiert? Bist du taub, verdammt? Ich hab gesagt, setzen. Ich wollte die Leiter hoch. Da ist nämlich was. Da ist Loot. Okay, wir setzen uns. Geht auch für dich, Fleischklops. Ich stehe lieber. Ist das so schwer? Aus verficktem Sofa mit deinem fetten Arsch. Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugel willst. Jack, setz dich. Das nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Also gut. Na los, entspannen wir uns. Nennzug. Was kann die? Es kief. Der Scheiß haut richtig rein. Richtig abgefuckter Fleisch. Musst du selbst erlebt haben. Näh. Komm schon, versuch's mal. Näh. Danke, brauche ich nicht. Vielleicht, wenn ihr abgespaced seid. Keine macht den Drogen. Was, Prinzesschen? Hier ist er. Der Flathead. Modell MT0D12. Militech wird nicht danach suchen? Scheiß auf Militech. Sollen sie's doch versuchen. Wir haben die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Sobald er dir gehört, gehört er echt dir. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimension durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an. Vollintegrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt. Kommt einem das Essen wieder hoch. Schon bisher älgig. Was denkst du? Hm. Raven ist nicht die vorgeschriebene Steuerungseinheit für ein Flathead. Tja, natürlich nicht. Militech-Steuerungen verbinden sich automatisch mit Militech-Systemen. Oder willst du, dass sie die heiße Ware zu dir zurückverfolgen? Die Raven ist unser Baby. Mit verbesserter Neuralsynchro und nicht zu verfolgen. Wenn du mich fragst, sollten wir den Scheiß verkaufen. Okay. Wir nehmen ihn. Super Zeug. Echt. Ja. Dann her mit dem Geld. Brick hat es. Alles schon bezahlt. Brick hat es. Also ich seh Brick für vier nirgendwo. Du etwa? Ich sag nichts. Bist du etwa taub? Ihr Wichser seid toben! Cool. Ich bin das erste Mal gestorben. Ich hätte was sagen müssen anscheinend. Ich wollte aber nichts sagen. Manchmal ist ja auch eine Option, nichts zu sagen. Ja, anscheinend nicht. Nicht die vorgeschriebene Steuerungseinheit für ein Flathead. Tja, natürlich nicht. Militech-Steuerungen verbinden sich automatisch mit Militech-Systemen. Oder willst du, dass sie die heiße Ware zu dir zurückverfolgen? Die Raven ist unser Baby. Mit verbesserter Neuralsynchro und nicht zu verfolgen. Wenn du mich fragst, sollten wir den Scheiß verkaufen. Wie schnell sich dumm-dumm aus dem Weg macht. Also ich seh Brickfick hier nirgendwo. Du etwa? Ach komm, wir provozieren einfach. Komm schon. Du erwartest doch nicht, dass ich zweimal für das Zahlt zahle. Und vorher weißt du Stück Scheiße, was ich erwarte. Wenn ich sage, du zahlst noch mal, dann zahlst du noch mal. Also gut. Du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Ich... Chill mal. Hier sind sie. Einfach so? Ohne mit der Wimper zu zucken? Hahaha. Willst du das Geld oder nicht? Hab noch zu tun. Sein Auge zuckt. Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter Deschamps. Dexter Deschamps! Der Fettsack, der wie beknackt Halbpazifika gefickt hat. Das ist er nicht tot. Hab die Missgeburt! Du bist tot. Hörst du mich? Gib alles! Beste Kavron! Oh, fuck! Du Schlagade! Hör da! Wir sind abgeschnitten. Schnapp dir den Bot und den Kontrollsplitter. Schnell! Wir müssen einen Weg hier raus finden. Hab alles. Bot und Steuerung. Dann lass uns gehen. Je schneller, desto besser. Ich kriege die Zeit.